Spider-Killer Avatar-Man Zu Hause bei den Simpsons. Bart, Lisa und Maggie kehren von ihrem alljährlichen Süßkram-Eroberungsfeldzug heim und fallen dann, wie es sich für anständige Kinder gehört, sofort über ihre Beute her. Fett abgeräumt dieses Jahr. Bis irgendwelche uncool verkleideten Gestalten dazwischen funken. Eltern halt. Schnick, Schnack, Schnuck und Schneck, ich nehme euch den Süßkram weg. Wer bist du und warum willst du unsere Beute haben? Eure Mutter ist die Tauschhexe, so eine Art Zahnfee in Schwarz. Ich tausche eure Süßigkeiten gegen gesündere Dinge aus. Glutenfreie Zahnbürsten, geschmacksneutrale Zahnseide und kalorienarme Mundspülung. Von Zahnärzten empfohlen. Deswegen brauchen wir Kinder eine Gewerkschaft. Einsichtig gehen die Kinder... Nein, Scherz. Leise vor sich hin fluchend verziehen die Kinder sich mit ihren Halloween-Tüten auf ihr Zimmer. Und die beschlagnahmten Süßigkeiten? Ein Fall für Homa. Und vergiss nicht, Homie, die Süßigkeiten sind für... Unsere Männer und Frauen in Übersee an der Front. So können wir sie wissen lassen, dass wir zu Hause unseren Spaß haben.